Ich liebe Musik, egal wo sie herkommt. Gerade jetzt im Songwriting-Prozess merkt man schon irgendwie, wo so die Ur-Erinnerungen der musikalischen Früherziehung herkommen. Und es ist natürlich von einem Ghost-House-Kind die österreichische Musik. Die vor allem jungen Besucherinnen und Besucher können bei uns alles ausprobieren, können komponieren, können selber auf der Bühne.